Die positive Einstellung, die Leidenschaft, die Konsequenz, also ich trage mein Herz auf der Zunge. Jetzt ist Krankheit. Irgendwo will schon jeder wissen, wo sind meine Grenzen oder zumindest bin ich so. Wie weit in der Qualität komme ich? Wo hört es auf? Man merkt jetzt eben auch durch das Ziel, durch die Vision, dass das Ganze eine andere Qualität hat. Das Wichtigste bei mir ist, wenn ich jemanden neu einstelle, so schnell wie möglich zu erfahren, wo denen seine Stärken und Schwächen sind. Man muss den Mitarbeitern schon ein hohes Maß an Eigenverantwortung mitgeben, weil nur dann können sie das volle Potenzial ausschöpfen. Wenn du an gewisse Dinge reingehst, dann musst du schon glauben an dich. Also Lockerheit verkauft sich einfach viel, viel besser. Kein Gast der Welt will nur einen angestrengten Menschen in sich haben.